Hallo zusammen! Hi! Ich bin der Erik. Und ich bin der Sven. Heute geht es um der Unsichtbare. Es ist im Jahr 2019 erschienen, es ist eine abgeschlossene Geschichte, die aus zwei Folgen besteht. Jede Folge geht etwa 50 Minuten, das heißt insgesamt geht es ca. 100 Minuten das Hörspiel. Und es ist ein Science Fiction Thriller. Der brillante Wissenschaftler Theodor Griffin hat ein Serum entwickelt, mit dem er sich unsichtbar machen kann. Heimlich nimmt er es zu sich, wird unsichtbar und taucht unter. Die Behörden und Bekannte glauben, er sei verschollen. Bei weiteren Experimenten an seinem Serum hinterlässt er eine von Tag zu Tag immer schlimmer werdende Spur aus Folter, Mord und schrecklichem Wahnsinn. Der Scotland Yard entdeckt seine DNA an einem Tatort und ist ihm dicht auf den Fersen. Wie ihr ja wisst, versuchen wir hier eine Art Aufmerksamkeitslevel zu ermitteln, wie aufmerksam man beim Hörspiel zuhören muss. Und also ich persönlich finde, dass es im Großen und Ganzen schon relativ leichte Kost ist. Aber es gibt doch schon, ja ich würde jetzt nicht unbedingt sagen Sprünge, wo man, aber es ist doch schon... Also wenn du die Zeitlinie so siehst, dann ist das natürlich so eine Konstant von, es geht von Anfang bis Ende, also in die... Ja, zum Beispiel... Also es geht nur in die Zukunft und du hast jetzt keine zeitlichen Flashbacks... Genau, aber zum Beispiel jetzt der Anfang. Ich will jetzt hier nicht zu viel noch, aber wie das ja in der Story Beschreibung ja so schon gewesen ist, ist es aber am Anfang ja so, wie das ja untergetaucht ist, aber das ist einem ja nicht direkt klar. Ja. Und wie das Ganze sich dann da so erstmal so entwickelt und was und wo jetzt dort, beziehungsweise wo er sich so immer auffällt und was er überhaupt will. Das ist jetzt so eine Sache, das ist am Anfang erstmal noch so alles so ein bisschen unklar. Und deshalb würde ich mal sagen, ganz am Anfang ist es schon dann ein bisschen komplizierter, wo man schon etwas aufmerksamer zuhören muss, aber das ist noch nicht mal die komplette erste Folge so. Es wird dann schon zur Mitte, würde ich mal sagen, dann einfacher. Aber am Anfang, wie gesagt, du weißt noch nicht genau, wo das Ganze dann hinführen wird. Also was passiert, wenn er unsichtbar ist? Will er jetzt einfach nur unsichtbar leben oder will er was auch immer? Genau, also worauf will die Geschichte dann hinaus? Richtig, genau. Und das macht es ja auch so spannend. Genau, und das ist am Anfang definitiv noch unklar. Ja, und nichtsdestotrotz ist es halt eigentlich so, wie bei diesen typischen fantastischen Geschichten eigentlich alle, dass man eigentlich total wieder so gebannt dann zuhört, aber sehr schön mitkommt. Also man ist einfach nur, oder ich, so sehr dann an der Geschichte dran, dass ich sowieso nichts verpassen will. Ja, ich finde, die haben wir ja schon die letzten Male immer gesagt, aber ich finde die fantastischen Geschichten alle Hammer vom Oliver Göring. Und die Art und Weise, wie die erzählen, aber das können wir dann im Nächsten machen. Genau, richtig. Also deshalb, aus diesem Grund haben wir uns von einer Skala von 1 bis 10 auf eine 6 geeignet. Genau. So ein bisschen sticht es heraus von der Art und Weise, wie diese Geschichte eben aufgebaut ist von diesen typischen Oliver Göring-Geschichten, weil meistens hast du diesen Erzähler, der mit irgendeinem noch so redet, also meistens die Hauptperson, die mit irgendeinem redet über diese Geschichte, die passiert ist. Und hier hast du, bist eigentlich immer bei der Hauptperson, die aber irgendwie dich, dich als Bezugsperson hat. Genau. Und nicht irgendeinen aus der Geschichte. Richtig. Das fand ich generell cool, aber generell diese Art und Weise eben, kommen wir nur kurz drauf zu, diese Art und Weise halt Geschichten zu erzählen, finde ich super gut. Ja, gerade bei so einem Charakter wie dem Theodor Griffin. Ja, also und dann das Thema, ich meine, die Geschichte kennt man, also ich kannte die Geschichte vorher schon, das ist aber trotzdem so wieder geil gemacht, dass da auch ein paar Details wieder so schön dazukamen. Die, 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 ja, ich nenne es immer gerne dieses Universum von dieser Geschichte, einfach noch mehr Details, worauf ich einfach nur noch gewartet habe, so erzähl mir mehr so, ne. Und generell finde ich die Thematik einfach geil. Ja, und der, es ist halt natürlich dann auch der Theodor Griffin halt, beziehungsweise der Sprecher, ne, der bringt das auch hammermäßig rüber. Ja. Du weißt ja, es gibt ja da dieses, dieses uralte, diesen uralten Spruch oder, ja, Zitat, Genialität und Wahnsinn liegen sehr dicht beieinander. Ja, wie viel wahre es jetzt an diesem Zitat im wahren Leben jetzt ist, sei jetzt mal dahingestellt, aber... Hier passt es. Hier passt es definitiv zu diesem Charakter. Also der Theodor Griffin, der ist wirklich... Du hast ja anfangs ja auch Sympathie. Ja, definitiv. Aber irgendwann driftet das ja so ab. Ja, aber bei ihm ist es so, er ist schon absolut, würde ich mal sagen, ein Charakter, wo diese, diese, dieser, du weißt ja, diese, ja, diese, wie soll man sagen, diese, diese, diese ganz kleine, du weißt ja, diese Schwelle, ne, diese kleine Schwelle, beziehungsweise dieser Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt. Ja, weil der so... Ist bei ihm zwischen dieser Genialität und Wahnsinn, ist bei ihm so in, also so instabil, kann man auch sagen. Das liegt ja auch daran, dass er so für seinen, für seinen Kram brennt. Ja, und, äh... Also es hat bei ihm wirklich doch nur so ein Funke gefehlt, bis er dann wirklich diesen Sprung zum Wahnsinn gemacht hat. Ja, und was letztendlich, da dürfen wir nicht sagen. Weil ganz zum Schluss sieht es nicht so gut aus für ihn. Nee. Aber ich habe mich auch die ganze Zeit, das war nämlich auch so spannend, ich habe immer so gedacht, okay, wie kommt er da raus, beziehungsweise wie soll jemand ihn jemals schnappen? Mhm. Aber das war dann, also auch auf die Idee zu kommen in der Geschichte, wie man einen Unsichtbaren letztendlich wieder überführt, ist natürlich auch krass. Ja, wie gesagt, weil das Problem bei ihm ja auch ist, weil er auch so intelligent ja auch ist, ne. Ja. Das macht ihn ja nochmal, er ist ja durch die, durch die Unsichtbarkeit, ne, ist er sowieso gefährlich. Ja. Also wenn jemand unsichtbar ist, kann er gefährlich sein. Man denke nur an eine Erde. Ja. Nein, aber man kann ja... Aber, äh, dadurch, durch seine Intelligenz, macht ihn das nochmal, wie du sagst, unberechenbarer und sehr, sehr gefährlich. Aber er ist auf jeden Fall ein Wissenschaftler. Ja, das heißt, er hat natürlich auch, ähm, sich von, von Problem zu Problem hinein gesteigert, unbewusst, so ein bisschen. Ja. Und hat das gar nicht so gewollt. Ja. Aber irgendwie passt er sich den Situationen an und deswegen, also hätte er es irgendwie geplant, wäre es wahrscheinlich noch schlimmer gewesen, also zu seinem Gunsten, ähm, dass er wahrscheinlich gar nicht geschnappt werden könnte. Ja. Aber, ja, weil das alles so ein bisschen unglückliche Zufälle auch waren. Was auch dann so stark ist, ähm, weil, äh, er übernimmt ja quasi, ja, den Erzählerpart, beziehungsweise, wie du gesagt hast, lässt uns ja teilhaben an seinen Gedanken. Ja. Er macht ja auch dann Fehler, ne, also Fehler bei seinen, äh, bei seinen wissenschaftlichen Experimenten zum Beispiel oder wie er in diesen, diesen Situationen vorgegangen ist und wie er sich dann selbst darüber ärgert. Ja. Und wie kann ich nur so, so einen lächerlichen Fehler machen, das ist echt immer stark gemacht. Ja, so, so kleine Details halt, die das Ganze irgendwie so noch glaubwürdiger machen. Genau. Und, ja, es ist jetzt halt noch, finde ich, von der Länge, so eine schöne Länge, also es ist genau wie die Zeitmaschine, so ein Zweiteiler. Genau. Also, was ich in diesem Hörspiel auch wieder wirklich stark finde und das ist auch wieder so ein Markenzeichen, würde ich mal sagen, von den fantastischen Geschichten. Und zwar, dass die, diese, diese ganzen Geschichten sind ja schon uralt. Mhm. So, und das ist wirklich immer genial, wie man das, wenn man, wie man diese alten Geschichten aus dieser alten Zeit, ne, transferiert in unsere Zeit. Ja. Weil das spielt ja in unserer Zeit. Genau. So, und das, das ist wirklich genial, diese, diese Überbrückung, ne, die überhaupt nicht auffällt. Das heißt, die originalen Geschichten spielen sich, also er ist unsichtbar, aber in der Vergangenheit, oder? Nein, 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 ich meine jetzt, das Original ist ja schon uralt. Ja, ja, aber haben die... Aber man hat es ja in unsere Zeit transferiert. Das meine ich also, dann, der, der es damals geschrieben hat, hat er dann in seiner damaligen Zeit das geschrieben und, und auch, dass sich das in seiner Zeit abspielt. Ja, ja, klar, genau. Also, das heißt, dann war das halt, in der Vergangenheit war der unsichtbar und jetzt haben wir es, die Geschichte quasi auf heute übertragen. Ja, genau. Das ist natürlich super cool. Ne, weil, und das ist stark gemacht. Ich meine, in dem Hörspiel, ne, die Leute haben da Handys, ne, fahren Auto und so weiter, ne. Das ist ja alles, ne, und, aber in diesem uralten Roman gab es das, da gab es noch kein Handy, da gab es kein Internet und sowas, ne. Und das ist geil gemacht, wie man das immer wieder in unsere Zeit transferiert und dass das nicht auffällt. Du würdest nie im Leben glauben, dass das so ein uralter Roman ist. Ja, vor allem. Und gleichzeitig kannst du aber trotzdem, ja, du sagst direkt, das ist der Roman, der Unsichtbare. Das ist der Punkt, da wird ja nicht so viel dran geändert, dass du denkst, das ist wieder eine komplett andere Geschichte. Du hast eigentlich diesen Kern immer da und eben auf dieses Neue. Das ist eigentlich, ja, besser kann man es, glaube ich, gar nicht sagen. Ne, natürlich hat dieses Hörspiel auch wieder einige Elemente. Vor allen Dingen, was natürlich auch sehr auffällt, ist natürlich dieser Charakter Theodor Griffin, was der ja ein Laien schon für Elemente hat. Ja, wobei du hast jetzt in dieser Story jetzt keine Liebesgeschichte. Nein, das ist richtig. Das ist eher nur so, ja, Action auf jeden Fall. Du hast, ich nenne es mal Mystery, Science Fiction auf jeden Fall. Ich meine, das ist jetzt kein Geheimnis, ja, jemand, der unsichtbar ist halt. Ja. Das ist, was plausibel ist. Also es ist irgendwie alles wieder so erklärt, dass du das Gefühl hast, ja, es kann echt sein. Und das finde ich auch wieder immer wieder genial. Ich glaube, zur Musik und zu der ganzen Atmosphäre und wie das Ganze ist, ist halt wieder so typisch fantastische Geschichten. Also da gibt es gar nichts zu bemängeln. Richtig. Ja, also die Qualität ist schon ein super hohes Niveau. Das kennt man ja von Oliver Döring, da braucht man nicht viel zu sagen. Genau. Also wieder so ein tolles Hörspiel für zwischendurch. Richtig. Absolut empfehlenswert. Wenn du keine Ahnung hast, was du hören willst, du willst auch, vielleicht wäre Science Fiction nicht schlecht, aber ich möchte es nicht zu kompliziert haben. Eben auf die Schnelle was rein. Genau, keine lange Staffel. Zack, der Unsichtbare oder die Zeitmaschine. Genial. Generell alles von den Imperium der Ameisen und was es alles noch gibt. So, kommen wir zu den Sprechern. Ja. Ja, Theodor Griffin wird von Assad Schwarz gesprochen. Er hat unter anderem Snoop Dogg synchronisiert. Okay, krass. Und ich weiß auch, ich glaube sogar, du kennst doch den Film Training Day mit Denzel Washington. Ja, ja. Und da ist ja auch der Snoop Dogg dabei, der sitzt da ja am Rollstuhl und ich glaube, in dem Film hat er ihn synchronisiert. Okay, krass. Der Inspektor wird gesprochen von Thorsten Michaelis. Ja, Sean Bean, Wesley Snipes, Chris Tucker hatten wir schon öfters jetzt. Genau, der gehört zur Grundausstattung bei den Hörspielen. Ja, ist halt hier so Boromir. Dann Carpenter wird gesprochen von Florian Clyde. Er hat unter anderem schon Daniel Wu und Alden Ehrenreich synchronisiert. Jenny wird gesprochen von Susanna Bonasiewicz. Sie ist unter anderem die deutsche Synchronstimme von Carrie Fisher. Ja, Prinzessin Leia aus Star Wars. Mega bekannt. Und Joanne Allen und Bridget Fonda. Noch mehrere andere. Und der Camp wird gesprochen von Bodo Wolf. Er hat unter anderem schon Derek Jacoby, ach hatten wir auch schon mal, Bill Nighy gesynchronisiert. Ja. Ja, tolles Sprecher, tolles Hörspiel. Richtig. Was soll man noch dazu sagen? Genau. Hört rein. Ja, dieses Hörspiel gibt es zum Glück überall. Ja, also Spotify. Alle Streaming-Dienste, sagen wir einfach mal. Und greif zu. Genießt diese fantastische Geschichte. Genau. Und ich finde, der Name ist eigentlich super passend. Ja. Also das zieht dich ja echt in so eine Welt. Mehr kann man dazu nicht sagen. Nee. Wie immer findet ihr die Links, wie ihr zu diesen Hörspielen hinkommt, in der Videobeschreibung. Und auf der Webseite. Und auf der Webseite. Genau. So, das war es dann wieder von uns. Kurz und knackig. Wäre super von euch, wenn ihr uns ein Abo schenkt. Kostet euch nichts. Und uns hilft es auf jeden Fall, am Ball zu bleiben und die Zeit zu investieren. Und immer schön fleißig Kommentare schreiben. Interaktion ist das Stichwort. Genau. Und weil zum Beispiel jetzt mit Team Extreme. Das ist uns ja empfohlen worden in einem Kommentar. Wenn das nicht gewesen wäre, hätten wir das nicht entdeckt. Genau. Weil wir waren echt begeistert von dem Hörspiel. Und mir sagte das nichts. Genau. Sage ich ganz ehrlich. So etwas wäre echt klasse. Also deshalb kommentiert bitte weiter. Empfehlt uns Hörspiele, was ihr mögt. Damit wir auch mal was Neues entdecken können. Und wie wir immer sagen, also falls ihr schon mal das Hörspiel kennt oder schon mal gehört habt, dann interessiert uns das genauso gut, weil wir nämlich auch einfach über dem Thema vielleicht sprechen können. Oder wenn jemand fragen zum bestimmten Hörspiel, ist es natürlich super cool, wenn man so eine Community hat, die sich dann einem Hörspiel widmet. Ja. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf euch. Und also dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.